Hallo Leute, heute werde ich Abendessen machen. Für diese zwei für Lotta und für Emily. Und dazu werde ich mal in diese kleine Küche gehen, die ich mal einrastet habe, in diesen kleinen Regal. Ja, das ist das Regal. Also das Flasche, noch eine Flasche, so einen Teller mit Besteck. Dann ist hier so Essen, so Salat und Tomate, so was, Käse, noch irgendeine Tomatenwurst, so was. Ja, das ist Stoffessen von Ikea. So, ich habe es endlich gefunden in dieser Tasche. Habe ich auch noch so ein Dappen rausgehört, also so ein Lätzchen, so kann das sein. Also eigentlich so ein Handtuch, kleines Handtuch. Und, ähm, was zur Seite legen. Dann noch so was, was drinne. Ja, jetzt zum Mischen das, äh, Fläschchen. Zum Mischen das. Dann stelle ich das mal hier hin. Und wissen das auch noch, was ich brauche. Und dann werde ich noch was raussuchen. Bis dann. Hm. Die Trinkflasche von Lotta und von Emily, diese Flasche. Und jetzt kommt von Lotta das, was sie zu essen kriegt. Es ist... Ja, und dann einfach mal das für den Brei. Ja, hier muss ich es erst mal aufschrauben. So, aufgeschraubt. Ja, jetzt muss ich noch was raussuchen. So, hab's aufgekriegt. Jetzt muss ich mir noch entscheiden, welche Farben ich nehme, weil es soll je Farbe ein anderer Geschmack sein. Dann, ja, dann, ähm, mal am besten ausschütten und hier drauf ein bisschen. So. Ähm, dieses, ja, Hautfarbe oder weiße, für die Milch und das andere noch für jeden Geschmack. Also, wie gesagt. Okay, müsste reichen. Ähm, ja. Das, wenn ihr möchtet, dann müsst ihr euch ganz schön viel nehmen eigentlich. Bis mit drei Kapseln. Misch. Äh, so kurz kommen wir nicht hier schon mal reinmachen. So. Ähm. Fricht das jetzt? Also. Ja. Rein. Dann such ich noch was. Am besten vielleicht noch Apfel. Und Orange. Ja, dann. Guten Appetit. So. Ja. Mehr am liebsten nicht, weil... Ich weiß nicht so gut. Okay, das war's von ihrer Fläche, von der Emily. Jetzt muss ich erst noch zuschrauben und dann ist fertig. So. Jetzt kommt die Flasche. Ich will das trinken. Die Flasche ja von Lotta. Sie ist schon ein bisschen größer. Sie kriegt am besten Saft. Sie braucht ja nicht mehr so Milch oder so. Dann nehme ich... Am besten... Orangensaft. Lotta, willst du heute Orangensaft? Ja. Okay, sie... Ja, sie will. Orangensaft. Okay, ganz schön. Hier kommt sie einfach Orangensaft. Ist das Orangensaft? Hm, okay. Bisschen viel. Ja. Orangensaft. Okay. Jetzt wird das mit dem Trinken schon mal geklärt. Dann kommt noch das mit dem Brei. So, wie das... Also, wie gesagt, das muss in den Brei von Lotta rein. Das ist Salat, Tomate und Wurst. Äh, ja. Rattwurst. Und das ist... Und... Na, verdiebte Maite, das... Kann auch den restlichen Zwecksalm machen. So. Das soll jetzt mal der Brei sein. Ja.